Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Wir gehen jetzt im Altar rum und hoffen, dass wir nicht gleich wieder eine Backpfeife kriegen, wie beim letzten Mal, als das passiert ist. Alexander sah, dass der Abend den Verstand seines Freundes stark mitgenommen hatte und schloss ihn vom inneren Heiligtum aus. Er konnte ihm nicht länger vertrauen und am Ritual teilnehmen lassen. Hier war ja noch ein Zwischenraum, daran... Ach doch, daran erinnere ich mich schon. Weil, wir gehen ja hier noch eine Treppe hinauf. Ich habe irgendwie in den Augenwinkeln gerade eine Büchse wieder gesehen. Hier habe ich ja das letzte Mal versucht wegzurennen vor dem. Dann leuchtet was, ich sehe aber gerade kein Monster. Muss mal schnell gucken, ob hier irgendwas ist. Oh, hier. Keine Ahnung, ob wir jetzt noch Zunder brauchen. Kannst du mir aber beinahe gar nicht vorstellen. Ähm, wartet mal. Ich muss mal die Tür ein Stückchen weiter aufmachen, dass wir angerannt kommen, schnell durch können. Und ich muss mich mal kurz hinstellen, um meine Hose ordentlich anzuziehen, liebe Leute. So. Gut. Ich bin bereit. Was auch immer jetzt kommen mag. Ah, die Brücke ist weggebrochen, wo letztens das Monster drüber gelaufen ist. Ew. So ein Wichser, ne? Muss ich jetzt links, rechts geradeaus? Ich habe keine Ahnung. Rechts kann ich offensichtlich nicht. Ich probiere einfach mal aus. Was so geht. Hallo. Okay. Da geht es um das wieder Dingens, äh, Maschinenkram. 18. August, 1839. Ich kann nicht glauben, was ich geworden bin. Eine von den Mädchen hat erhofft und ich schaute sie nachher, all den Weg nach oben. Ich schaute sie nach unten und... Was ist ihr Leben wert? Wie viele Leben kann ich nehmen, bevor ich mein eigenes Gehirn verabschiede? Sicher, ich würde einen Mörderer töten, um einen Innocenten zu retten. Aber um einen Innocenten zu retten? Um mich selbst retten? Ein kaltes, blöderer Mörderer. Okay, also verstehe ich das richtig, dass der ganze Orden solche Besessenen waren, die ewig leben wollten? Und weil es so viele waren oder nicht so viele Verdächtige oder was ist das? Einmal Teer. Okay. Ach, um die Steine zusammenzufügen. Aber hieß es denn nicht... Also die Kugel. Hieß es denn nicht, dass die Kugel sich alleine zusammenfügt und dass eigentlich gar kein Teer gebraucht wurde? Hat er das nicht vorgelesen irgendwo? Okay, ich glaube da ist nichts. Okay, da kann ich nichts machen. Okay. Hier ist gar nichts. Da gab es gar nichts für mich zu erledigen, oder? Monster irgendwo? Ne, ne? Oh, Arschloch. Ich wollte bloß gerne gucken, was hier ist, aber da ist nichts. So, Pickel ist weg. Also gehe ich hier oben lang. Oha, was war hier unten drunter? Einfach nur der freie Fall. Okay, uns geht's gut. Warte mal, muss ich das jetzt... Einmal Teer, ein Hölzernalmer, gefüllt mit klebrigen Teer. Kann ich die jetzt zusammenfügen? Kann ich die... Nein, hör doch mal auf. Kann ich die hier? Ein geeigneter Arbeitsplatz. Okay. Ist das hier, wo ich... Wo ich den Kopf reinwerfen soll? Ah, hier muss die Kugel rein. Kann ich die... Warte mal, ich muss erst den Kopf... Muss ich den hier reinmachen? Oh! So? Der Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Ist der Kopf jetzt weg? Okay. Also nicht richtig. Warte mal, warte mal. Der Durchgang zum Altars auf geheimnisvolle Weise versperrt. Er wird in der Kugel benötigt, um ins innere Heiligtum zu gelangen. Also... Also hier jetzt wirklich die Kugel machen, ja? Okay. Notwendig, um was zusammenzukleben. So. Huch. Okay, Restaurator. Jetzt? Achso, es verbindet sich noch. Durchgang zum... Versperrt. Die Kugel... Kann die Grenze nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Kann ich hier durch? Kann ich. Okay, also der Kopf ist noch nicht richtig. Also muss irgendwas dort sein, wo die Maschine so laut gewesen ist und wo ich nicht wusste, was ich tun soll. Und da hinten komme ich? Fick dich doch. Nee, hier ist das Abgebrochene. Hier ist mein Startpunkt, ne? Ja, nee. Ja, doch. Nee. Oder? Ah, hier ist das... Nee, das ist das, wo ich... Wo ich nicht wusste, was ich tun soll. Okay, gehen wir mal hin. Au! Vielleicht ein Hammer von hier oben? Bist du eine tolle Aue? Ja, aber das wird schon das wird schon wieder, du blutest nur. Nicht groß genug. Wir brauchen was Größeres. Meinen Penis. Ne, was ist denn größer? Brett kann ich nicht aufheben? Zwei Hämmer sind größer als einer. Hier ist so eine Säge, kann ich die haben? Probieren wir die mal aus. Ansonsten, hm. Ja gut, dann ein Stein. Ich bin. Das Ding kommt tatsächlich runter. Körperlicher Zustand, nur Schnittwunden. Also eigentlich alles in Ordnung. Ich mach mal hier ein bisschen mehr da. Achso, und wir machen das Licht vielleicht aus. Ist es weg? Sieht gut aus. Der hängt noch vorn dran. Gut. Der hängt noch am Zaun, liebe Leute. Entweder ist er dort grad Buggy. Oder wir haben nicht lang genug gewartet. Ich weiß nicht, wir bleiben jetzt hier einfach mal kurz stehen. Boah, ich hab einen Krampf in meiner Hand. Dann gießen wir uns ein neues Glas Tee ein. Aber gelogen, es ist kein Glas, es ist eine Tasse. So, und jetzt gehen wir nochmal gucken. Und krabbeln uns an der Nase. Die Musik ist auch vorbei. Ich glaube, der ist weg. Gut. Gut. Wir müssen geradeaus jetzt durch, ne? Warum ist das so still? Ist das irgendwie komisch? Oha, oha. Sein ganzes Leben lang hat er geglaubt, er wäre ein guter Mensch. Solch schreckliche Taten werden nur von schrecklichen Menschen begangen, wie von Henry Bedlow, der Schläger von der Schule. Aber jetzt hat er ja gesehen, wozu er selbstfähig war. Okay. Verfolgt mich wieder, irgendwelche rote Kacke? Hier ist ein Schalter. Oh, es kommt schon. Okay, hier lang. Was denn? Was denn? Was denn? Was muss ich tun? Ein Zettel lesen. 20 August, 1839. Es ist nicht fair. Ich bin nicht zu schrecklich. Ich habe mich manipuliert durch den Dämon. Er hat mich verletzt, und mich in die Gefühle zu schmerzen, und mich in die Gefühle zu schmerzen. Das vile, konspirend Mann. Er hat mich zu treffen, als er die Gefühle zu schmerzen, wie er die Gefühle zu schmerzen ist? Alexander, ich werde dir töten, was du getan hast. Wenn nur die Schäden mich in London oder Algerien in Deutschland verletzten, würde ich nicht diese Humiliation haben. Du hast mich ein Verlager gemacht. Ein Monster! Und jetzt, ich nur erwarte meine Möge. Ich bin zu weib, um zu pressen. Ich kann gar nicht stehen, wie meine Liege failte ich. Ich kann nicht sehen, wie meine Augen in Tränen verletzen. Ich bin so verletzt wie die Menschen, die ich getötet habe. Wenn nur ich meine Angst ausbrechen könnte, wie wir mit ihnen gemacht haben. Was ist das? Was macht das? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas, was ich da ran machen muss? Warum habe ich noch eine Kurbel? Fragen über Fragen. Das ist so ein Altar-Dingens, aber keine weiteren Schriften. Symbol-Dingens. Okay. Äh... Den Hebel habe ich gezogen. Jetzt mal hier gucken. Noch so ein Ding. Muss ich mich hier auch pieksen? Oder ist das nicht cool, dass ich das mache? Ich weiß es nicht. Es ist ein Handsymbol da. Und das verleitet mich, mich stechen zu müssen. Wann mal. Machen wir, dass es mir wieder gut geht. So. Okay. Hey, du hast Laudanum gekriegt. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die schwere Tür ist verschlossen. Suche etwas, um sie zu öffnen. Zum Beispiel... Meine Stange. Und doch nicht. Ähm... Bisschen Mechanismus gewesen. Wir können es uns jetzt ja in Ruhe angucken. Ich habe mich erst ein bisschen gehetzt gefühlt, weil es rot wurde. Und ich dachte... Wie erst, als wir weggerannt sind, dass wieder so etwas Rotes kommen wird. Ich habe mich gepiekst. Äh... Muss ich überall das Licht anmachen? Ne, das glaube ich nicht, oder? Muss ich mich nochmal pieksen? Das glaube ich halt auch nicht. Oder muss ich die Lichter auf dem Altar anmachen? Da müssten sie ja voraussetzen, dass man so viele Zunderbüchsen hat. Ich glaube, das tun sie nicht. Also habe ich die gerade verschwendet? Hier ist kein Hebel oder sowas. Das Ding ist auch rot, oder? Ja. So. Hier ist Zeug also drin. Hm. Lass uns nochmal drüben gucken. Ich kann hier nichts rummechanismisieren. Das Ding zu ändern... Kann ich auch gar nicht. Hier ist kein... Hier ist nichts. Hier ist auch kein Hebel oder so. Gut. Das Spiel wäre unlösbar, wenn man die Dinger anzünden müsste. Weil hier kommt ja ab und zu immer wieder ein Wind rüber, wisst ihr? Und das würde... Der macht ja alles aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass drüben auch jetzt alles aus ist. Kann ich hier irgendwas... An dem Ding kann ich nichts machen. Kann ich die Säulen drehen irgendwie? Nein. Muss ich einen Stein mitnehmen und das Tor einschlagen? Ist es das? Kann keinen Stein nehmen. Ist hier ein kleinerer irgendwo? Kann ich mal die kleinen Steine nehmen? Okay. Symbol nicht. Hier drin nicht. Hier, die kann ich auch nicht mitnehmen. So, ich geh bloß mal kurz gucken, ob hier das Licht am Altar wieder aus ist. Ne, das ist an. Alle? Alle, die ich hier angezündet hab. Wir können's ja mal probieren. Ich muss schon wieder so dringend Pipi. Seht ihr? Kein Fortschritt. Ich hab mich gepiekst. Muss ich mich nochmal pieksen? Ähm. Ich hab mich gepiekst. Muss ich mich nochmal pieksen? Ne? Ne. Haben wir beide schon gemacht. Hier ist es so rot. Was passiert hier? Ah, alles klar. Alles wieder eklig geworden. Dann. Ich renne einfach mal durch. Ah, das Tor ist offen. Aber, liebe Leute, weil ich so dringend Pipi muss, machen wir an der Stelle jetzt eine Aufnahmepause und rennen in der nächsten Folge durch das Tor. Also bis dann. TschüüChü. So, Leute. Hier bin ich wieder. Wir sind wieder am Start mit dem Glibberschwibbel hier. Warum hören wir unser Herz? Das war gar nicht unser Herz, was wir gehört haben, oder? Was macht denn die bum bum? Oder ist das unser Herz? Keine Ahnung. Betrauenserwecken, wenn die Tür zugeht. Wir wollen nur gucken, ob hier irgendwelche Sachen noch rumliegen, deswegen gehe ich gerade wie ein sehr betrunkener Mensch diese ganzen Sachen hier entlang. Okay, nichts. Na dann, die Kugelkammer. Die Ansicht ihres leblosen Körpers lähmte seine Psyche. Er versuchte, sich abzuwenden und zu gehen, doch er konnte es nicht. Stattdessen fiel er auf seine Knie und bat sie um Vergebung. Okay, Steinchen, die fliegen. Wo muss ich ihn denn jetzt durchschmeißen? Wo, 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 wo muss ich, was muss ich tun? Das Portal hat sich noch nicht geöffnet. Okay, wir müssen also warten. Muss ich irgendwas tun? Der Mast ist instabil und wird umkippen. Muss ich das Portal verhindern? Muss ich, muss ich das kaputt machen? Aber ich muss doch Agrippa durchschmeißen, oder muss ich nicht? Warte mal, wir haben ja nicht die Texte da. Nee. Der Niedergang. Unschuldige, Vergeltung. Nicht meine Schuld, gebrochener Mann. Mementos. Keine Mementos vorhanden. Ähm, ich bin grad unsicher. Abgetrennter Kopfvergrippers. Muss ich das Portal kaputt... Also... Guck mal, hab ich was zum Werfen? Ich kann nichts ziehen. Nee. Kann ich Agrippas Kopf werfen? Kann hier nicht verwendet werden? Portal hat sich noch nicht geöffnet. Oh Gott. Jetzt muss ich ihn durchschmeißen, oder? The whole of the world. Oh, isn't it beautiful? I can finally return home. But you... No, you fool! You have ruined us! Bin ich geplatzt? There he is. Do you see him, Viya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Ist das Agrippa, der zu uns spricht? Oder eher zu Viya über uns? Mega unangenehm, hier langzugehen. Okay, es lenkt mich aber auch immer wieder hier in die Richtung. Don't worry, Daniel. It will be all right. Okay. Das ist das Ende. Eine Produktion von Frictional Games Amnesia The Dark Descent. Frictional Games 2018. Da haben sie aber... Die Dings erneuert, die... Ich wollte gerade den Sound auf meinen Ohren leiser machen, aber das geht gerade nicht. Deswegen muss ich mal mein Headset ein bisschen absetzen. Ähm... Da haben sie aber die Credits irgendwann nachgepatcht, oder? Weil das Spiel Amnesia ist, glaube ich, von 2010. Oder ist diese Mod, die damals rauskam, von 2010? Weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall habe ich beim Steam auf der Release-Seite gesehen, dass 2010 war. Das ist ja jetzt blöd. Wir sind ja jetzt gerade mal bei sieben Minuten angekommen. Ist halt die Frage, schneide ich das hinten an das andere Video dran? Wahrscheinlich schon. Weil sechs Minuten, das wäre ein bisschen zu blöd, jetzt ein 20-Minuten-Video draus zu machen in irgendeiner Weise. Selbst wenn ich jetzt hier mein Urteil noch hinten dran gebe, kommen wir niemals auf 20. Also schneide ich es hinten dran. Liebe Leute, was halte ich von dem Spiel? Ich fand es sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich habe mich überhaupt nicht mehr an so viele Elemente erinnern können. Ich habe nur, wie schon gesagt, von den PewDiePie-Zusammenschnitten diese Schrei-Elemente immer wieder im Kopf gehabt. Und, ähm... Nicht wirklich die Story von dem Ganzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich halt vorher gesagt habe, oder wartet mal, wir machen erst mal ein Urteil über das Spiel, bevor ich hier weitermache. Grafisch fand ich das sehr, sehr cool aus und auf jeden Fall auch sehr, sehr atmosphärisch. Und die Monster, fand ich, waren nicht so aufdringlich, sondern, ähm... Sie waren zwar irgendwie eine Bedrohung, aber keine riesengroße, was das angeht. Also ich fand sie relativ angenehm, obwohl ich solche Verfolgungsjagd-Sachen nicht wirklich mag. Ende. Muss ich was drücken? Ich habe was gedrückt. Ah, okay, da sind wir beim neuen. Benutzer-definierte Story. Jetzt bin ich aber gespannt, warte mal, können wir denn... Ah, die muss ich erst downloaden wahrscheinlich, ja? Und die kann man dann bestimmt hier integrieren und dann entsprechend spielen. Ähm, ich habe mal gehört, dass es hier auch so ein Baukasten-Prinzip gibt, wo man Spiele selber spielen kann und dass so auch entsprechend die benutzerdefinierten Stories entstanden sind oder die Custom-Stories. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool. Ich fand es sehr, sehr cool gemacht. Ich fand auch sehr gut, dass nicht so krass mit Jumpscares gearbeitet wurde. Ihr wisst, ich mag es nicht, wenn Jumpscares gespammt werden und sowas alles. Deswegen Five Nights at Freddy's und so sind nicht eher so meine Sachen, weil da einfach nur mit einem Buh-Effekt gearbeitet wird und jeder erschreckt sich, wenn man unverhofft Buh sagt. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Spiel angsteinflößend ist, sondern einfach nur, dass es einen erschreckt. Und das finde ich nicht gruselig. Fand ich hier aber sehr, sehr cool gemacht. Besonders die bedrückende Dunkelheit und sowas alles und auch, dass sich unser Körper verändert, sage ich jetzt mal, indem wir verschwommen sehen, schlecht sehen, dass wir Angst haben, dass wir Zähne knirschen. Das sind alles Elemente, die habe ich, glaube ich, außerhalb von einem Nijia noch nie so gebündelt in einem Spiel gehabt. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, dass das hier so von einem ursprünglichen Indie selbst gebauten Titel, und ich glaube, das war Amnesia, gemacht wurde. So, Leute, ich habe es zwischendurch auch mal irgendwann gesagt, Custom-Stories, habt ihr Bock? Die können wir ja auch theoretisch einfach so zwischendurch spielen. Ich glaube, die sind nicht irgendwie chronologisch geordnet. Aber dafür kenne ich mich auch zu wenig aus und weiß auch nicht, wie viele Custom-Stories es gibt und was es so für welche gibt. Falls ihr also welche habt, von denen ihr sagt, boah, die musst du unbedingt gespielt haben, diese Custom-Story, weil die so toll ist oder was weiß ich, wollt ihr mir gerne in die Kommentare, dann gucken wir mal rein. Ich denke, ich werde hier im Anschluss Machine for Pigs noch spielen und das als nächsten Teil dann hinten dran raushauen. Und wie schon gesagt, die Custom-Stories können wir ja auch zwischendurch noch zocken, wenn ihr Lust habt. Und dann mal gucken, wann Rebirth rauskommt. Ich weiß es aktuell nicht mehr. Theoretisch, wisst ihr, was wir machen? Wir könnten ja, wartet mal, ich gehe mal raus aus dem Bild. Jetzt hört ihr gerade keinen Sound mehr, das ist in Ordnung so. Jetzt muss ich mal kurz in meinen Steam-Account reinhüpfen. Wartet, wartet. So, Amnesia. Und wir gucken mal in den Shop hinein. Ist Rebirth denn hier? Oh, Frictional Collection. Gucken wir mal, ob hier der neue Teil dabei ist. Oder Soma dabei. Soma ist von Frictional, ist ja krass. Oh, Penumbra Collectors Pack ist ja halt auch hier dabei. Bei Penumbra wollen wir ja auch spielen. Bis dahin. Aber ich sehe gerade nicht den neuen Amnesia-Teil. Aber ist ja kein Ding. Amnesia Collection ist auch nur Machine for Pigs dabei. Gut, dann machen wir... Ähm, ich habe nur ein Fingersuchsystem, gerade weil meine Rechtern hinterm Mikro ist. Machine for Pigs. Es gibt Amnesia Memories, das ist, glaube ich, was anderes. Das sieht nämlich ganz anders aus. Hier, Rebirth kommt 2020 Veröffentlichung. Bald bei Steam, dieser Artikel ist noch nicht verfügbar. Naja, liebe Leute, müssen wir doch noch ein bisschen warten. Aber ich bin auf jeden Fall schon... Geh mal zurück ins Spiel. Liegt mir glatt die Stimme weg und ist auch immer noch. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich bin auf jeden Fall heiß drauf, liebe Leute. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt komplett absterbe mit meiner Stimme, mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Amnesia-Teil wieder. Bis dann. Tschüss.